Endlich, ich hab genug Steine für'n Steinportal. Und ich find' jetzt scheiß... Alter. Für'n Steinportal? Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, mein, es gibt eine Möglichkeit. Diese, ähm... Achso, Computercraft... So, jetzt ist der scheiß Eingang hier eingelassen, fertig. Äh, übernennen, ach, guck mal, da geht's sogar. Da haben wir eventuell... Du hast das, wir haben keinen, aber freien Eingang. How to name the turtle. Den guck ich mir an. Label set, genau, sowas. Ah. Du musst hier einen neuen Homeboy-Set-Bunk machen. Ja, ich bin hier irgendwie im Block. Das ist ja wunderbar. Alter, ich bin zu dumm, aus der Tür rauszugehen. Kevin? Hä? Wir sind im Krieg, nicht im Urlaub. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Das muss gut aussehen. Außerdem müssen das Eisentüren sein. Sonst was? Sonst dürfen die da reinlatschen. Und was ist hier hinter? Hier ist doch sowieso nichts. Gar nichts. Gar nichts. Warum? Hier soll ja auch nichts sein. Hier darf sich Marco eventuell hinporten. Es ist ja die Regel, dass sich Marco zu uns porten kann. Und das ist die Stelle. Hier darf er das. Ja, nein, nein, nein. Das ist auch so. Es wird erstmal eine Stelle auserkoren, wo nämlich das Portal vom Spawn aus hinkommt. Und zu diesem Portal darf man sich porten. Ja, und das ist hier die Stelle. Verstehst du, Justus? Das müsst ihr euch überlegen. Damit er nicht genau unseren Standort weiß. Aber den wird er sowieso wissen. Nein, nein, das muss schon mal nah beim Haus sein. Dann muss es sein. Irgendwie. Ja, dann ist es nur ein. Ja, ist es schon. So, jetzt brauche ich... 24 Kilometern fährt. Ach, genau. Ähm, wenn wir es kippen. Oh, wir gehen jetzt nochmal schleifen, ey. Oh, Junge, Junge, Junge. Warte mal. Muss mir nicht danken. Ich habe das Leben gerettet. Das muss ich auch nicht. Edith, ähm... Justus, was ist jetzt davon, wenn wir hier so eine richtig geile Tür machen? Pass mal auf. Ich zeige dir jetzt mal was. Bei Skype. Äh, ey, was zählt hier von einer kleinen Aufnahmepause? Wir haben nämlich halb elf. Ja, und? Um elf bin ich doch eh weg. Ich bin müde. Egal. Du verlegst mich um zu, Paulie. Ja. Wir sind jetzt hier neben Zückel. Warum kriege ich kein Feuerzeug mehr hin? Da war es doch gerade. Äh, was machen wir jetzt eigentlich mit der Dirt-Shust? Die hast du da hingesetzt. Ich wollte sie irgendwo vergammeln lassen. Mehr kann man mit dem Ding nicht machen, als ein Stink der... Oh, wie könnte man denn nochmal Loops machen? Ach, meine Fresse, können die... Ne, Loops. Ich kenne mich mit diesem Computer-CraftOS nicht mehr so ganz so gut aus. Leute, ich muss jetzt erstmal eine komplett neue Programmierersprache mal wieder lernen, nur um so scheiß Obsidian abzubauen. Automatisch. Justus? Was ist jetzt so von der Idee, wenn... Oh. Ja, das ist, glaube ich, zu nah. Ich glaube, das ist zu nah, oder? Ich baue das jetzt nicht wieder abfick dich. Aber ich glaube, das ist echt ein dick zu nah. Ja, du hast recht. Ja, ich habe Zeit. Ich mache mal in der Zeit vielleicht so einen Punkt, wo du das machen kannst. Oh, hier ist Lava. Ich habe viel Zeit. TurtleDick. Ähm. So. Was machst du hier? Ja, so hier in der Ecke. Dann gib mir wenigstens das Schwefel, was da drunter ist. Das Schwefelwasser? Was ist Schwefelwasser? Deine Mutter. Ähm. Ich habe da eine Spitzhecke. Ich glaube, einer Mann, der hat Eglanz was in Lava gebraucht. Ah, gut. Kennt er schon mal nicht. Das ist ja schon mal ganz gut. Also, wenn er das schon mal nicht kennt, dann ist es in dem Arsch. Nicht wie du. Hä? Hier ist ganz schön. Warte mal. Ich habe doch irgendwo noch... Äh, wie heißen die... Ne. Wie heißen dieses Ding, wo man da... Also, das hat sich jetzt gelohnt. Ich habe eine halbe Stunde einen Eingang gemacht. Ich bin hier die ganze Zeit im Kugeln. Oh. Bau ab, bau ab. Das macht ihr ja super. Du bist so blöd. Echt. Also, ihr... Du bist so blöd. Er hat sein Hausfeld versenkt. Du bist so blöd. Du bist so blöd. Der hat unter mir den Block abgebaut, wo Lava ist. Ich fand das lustig. Oh, shit. Oh, shit. Oh, mein. Es wird nicht besser. Ähm. Aber wir haben ja Keep Inventory, von daher kann ich das ruhig mal aussehen. Wie, um einen Turtle Loop zu machen? Das ist jetzt mein Tod, aber aufgrund deiner Dummheit. Es ist spät. Und das geht nicht. Das wird nicht passieren. Ey, das baut er nicht noch weiter. Wir sind gleich wieder in einem anderen Raum. Ja, mach halt. So. Und das ist noch ein tolles Urhebnis. Oh, das ist Zeug. Oh, ja, schau. Leute, mal. Das ist eh, das ist zu schmerzen. Danke, dass du da rumstehst und mir beim Arbeiten zuguckst Alter, musst du es ja machen Das bin ich voll nett von dir Okay, baller das Portal jetzt hier dann Baller das Portal Junge, ich will den Eisenblock haben Eisenblock? Mal gucken, ob das geht So, jetzt, nein, doch nicht da rein Was machst du da? Das wird unsymmetrisch, das ist hässlich Du bist hässlich Das macht nichts Das ist mir da gut, das stimmt Weh, ich verbau mich jetzt, weil du mich haust Dann musst du wieder Obsidian fahren gehen Junge Ich meine, der seid Igel Warte mal Nein, wir töten uns nicht Die Muni ist zu wertvoll Ich hab auch keine Ach doch, hier ist noch ammo drin Sechschuss Marco klopft wieder mit dem Kopf auf den Tisch Nein, das ist zwei Ne Eins, zwei, drei Ach komm, wir haben Enderportal Enderportal? Äh Enderportal Enderportal Das wäre aber auch cool, ein Enderportal So, hier ist, ah, hier sind noch mit Sicherheit Loops drin Das wäre ganz geil Wohl mal ganz viel Glowstone, bitte Ey, Marco, das ist, äh, Justus, das ist das erste Mal, wo wir ein bisschen schneller als Marco sind Ihr seid sowas von überhaupt schneller Ja, und außerdem bin ich alleine Äh Und außerdem bin ich hier gerade ein Computer-Craft Das macht generell nicht so viel Bock Komm mal, allein geschnuppert Ich bin drin Syntaxen Ne, ich will einfach nur wissen, wie, wie man Bäm, bäm, bäm Schleifen macht, ey Ähm, Justus, du musst aufpassen, wenn du die Erze hier abbaust, ne? Ich weiß, das macht Boom Warte mal, hab ich doch so gemacht, Alter Und geh keinen, äh, Zombie-Pigman auf den Sack, weil das mögen die nicht so Ey, hier ist irgendwie Diamond oder so Weil ist gleich Null Diamond ist super selten Du Turtle dick Ich komm hier rein, direkt die Jammern Das muss passen Kann das sein, dass du mein Gold aufsammelst? Ne, das ist Kupfer, ey, Kupfer ist cool Okay Äh Ich guck mal, ob ich hier irgendwo Glowstone finde Das werd ich mal als Programm irgendwann Aber nicht die Schweine hauen, bitte Ey, hier kannst du Level fahren Hast du dir jetzt eigentlich so ein, ey, ist das haben wir uns so ein Tisch schon gemacht, so ein Zaubertisch? Yo, wait, portal Nein, haben wir nicht, weil wir keine Bücher haben und das ein bisschen witzlos wäre Ja, doch, wir haben doch Leder, aber kein Zuckerrohr Können wir nicht Zuckerrohr? Doch, klar, mit Zuckerrohr Ja, dann lass Zuckerrohr noch anbauen und dann mal poison Okay, ich hau ab Ist das schon zuhause? Nein Warte mal, äh, n, 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 n Oh, scheiße Marshmallows Geh mir voll die Fresse wegschießen! Äh, hast du Feuerzeug? Ja Okay, gut Ähm, kannst du da, ähm, Steinen rumbauen? Das wird total hässlich, die aussehen Das hätte nämlich was, wenn du da vielleicht ein bisschen Steinen rumbauen würdest Ich will aber eben den Gaster abschießen Ich will den Gaster abschießen Haben wir einen, ähm, Wassereimer? Also einen Eimer mit Wasser Warum? Wassereimer Haben wir einen Wassereimer? Also einen Eimer mit Wasser Ich hab's getroffen, ich hab's getroffen Ich hab's getroffen, es hat mich getroffen End In diesem Texture Pack sieht er so übel hässlich Turtle Nochmal Oh, 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 oh Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden Ich hab den Fehler gefunden Ich habe den Fehler gefunden Endlich Ich brenne Homebase Teleport du Nein Warum wolltest du dich teleportieren? Home and Ich teleportier mich hier an Zu unserem Haus Warum? Ich hab den Punkt, Dick Du Scheißviech Hab ich's jetzt getroffen? Ich hab's getroffen? Scheiße Vielleicht doch mal hoffen für dich Wo ich mir jetzt umgeblieben So Na, haben wir auch edit Edit B Ich will diese unglaublich männliche Musik Er hat Was hörst du denn so unglaublich männlich ist? Justin Bieber? Nee, Bon Jovi Oh, pf Das ist doch vorhört Was soll ich eigentlich Nee, wirklich gehört Ah, man Äh, ich hab das Save Exit Will mich dieser Baum Ja Will mich der Baum hier verarschen? Du bist von Bäumen verarschen, Junge, das ist echt arm Hat es tatsächlich geklappt? Tatsache Da wächst Der auf meinem Grundstück Und hat keinen eigenen Rubber Scheiße Ja, okay, der hat drei So wachsen diese Scheiße Wo ist das Zeug? Direkt über mir Äh, wie kann man Wasser Save Exit Ah, jetzt muss ich noch D starten Habe ich jetzt Nein, Garst Nein, aus Ah, halt Ich sollte vielleicht nochmal noch Jetzt hast du die Viecher Glock neu setzen Also ich baue jetzt, äh, Obsidian innerhalb von einer Sekunde ab Ich bin so stolz auf dich Kann mir egal sein Wir haben jetzt ein Portal Ja, ich hab keine Zeit, dass du jetzt verschwindet Mit deinem eine Sekunde Obsidian abbauen im Portal Kannst du dir in den Sonntagskämpfen auch nichts kaufen Vielleicht doch Portale Portalsteine Wir haben so viel aufgenommen, ne Das ist schon fast Unnütz, dass wir die Kämpfe sonntags machen Och Ja, ein bisschen Ja, auf jeden Fall müssen Ja, die ersten paar Sonntage werden ja ausfallen Ich würde also sagen Der ditte oder vierte Sonntag Das lohnt sich auch noch nicht Also Ich hab bis jetzt also an kämpferischen Sachen Ein Schwert Ja, ich Wir auch Ja, und ihr habt Waffen Nur ein Schwert Aber Das hab ich ja noch nicht Ey, soll wir ein Steinschwerter machen, ist das? Auf jeden Fall Nein Dafür hab ich jetzt allerdings eine Automat Also, was heißt Automat Eine halbautomatische Abbauanlage für Obsidian Jetzt weiß ich nicht, wo man eine Obsidian ist Wenn du so viel Zeit verschwindet hast Nein Ja, jetzt fast Wenn du so viel Zeit verschwindet hast Ja, das stimmt Jetzt weiß ich nicht, wo ich das Portal nicht habe Wir haben in der Zeit schon eine eigene Wohnung gebaut Eine Familie gegründet Das ist die Mutter Das ist die Mutter Das glaube ich nicht Erst beides Everybody needs some some buffet Hey, Jos, was hättest du von... Hey, Jos, was hättest du von... Ey, wir haben 23... Okay, das war kein Dier, das war Quarz Scheiße So Boah, geil, die haben eingefahren Ähm, ah, wir haben sogar einen Flint Das ist gut, das ist gut Aber da haben wir jetzt ganz viel Minimsteil Und ich finde, dass wir jetzt mal die Aufnahmepause beenden müssen Weil sonst machen wir gleich die Hose Die Aufnahmepause willst du beenden Scheiße Ich werde jetzt mal eben zumindest noch das scheiß Portal anzünden So Jetzt können wir die Aufnahme beenden Moment Fuck So, der Zucker ist gesetzt Ey, wir haben... Dings Bums Ich würde doch mal sagen Für... Fürs Erste haben wir doch was geschafft, Jos Ja, würde ich auch sagen Ja, wir haben Steine Ey, lass mal noch ein paar Sekunden warten Dann ist nämlich auch der Upload durch Und ich könnte jubeln, dass es die 20. Folge Diversity raus ist Also wir haben, wenn ich das mal so sehe Ähm... Wo sind die Steine? Alter, waren die da? Wir haben 26 Steine Ja, Marco 26 Steine Ja, ich hab drei... Oh, relativ schnell, aber ich hab's alle vollständig in der Query Und jetzt habe ich noch, äh, wie viele Steine habe ich noch? Und ich hab auch zwei, drei, ne, drei oder vier... Ey, Marco, äh, Jos, kannst du mir zwei solche Steine, äh, Neverwreck Steine geben? Klar Hab ich gerade in die Kiste getan Kannst du mir noch ein Feuerzeug geben? Das hab ich Ich wollte ja nämlich so einen kleinen Kamin machen können Mach das Bei... Du weißt doch nicht, das ist halt Das ist verdammt wichtig, um... Hoffentlich wird das ja nicht... Junge ein Kamin Das ist das Wichtigste Ja, im Zweiten Wildkrieg, in bestimmten Lagern, da waren Kamin wichtig Zum Einräuchen, haha Boah... Boah, war der schlecht Der war nicht schlecht, Marco Der war... Überhaupt nicht Der war ressourcet schon Blödes, dass hier, äh, Stöcke hier genauso aussehen wie die Pfeile Und eine Desert Eagle ist ohne Muni irgendwie relativ witzlos In Germany Hast du gerade über was in Germany gesungen? Ja, Germany Ja, Germany Du kannst... Das was gegen Deutschland Das was gegen Deutschland Ja, wir sind Oh, ok Klingster, das ist... Ja, Cola habe ich irgendwie alles mal in den Ofen geballert Klingstmann Ne, hier Wir können sein, dass ein Fick darauf gibt, was wo in der Kiste liegt Tu ich aber inzwischen auch Wir haben eine grobe Erzekiste und der Rest ist mir auch nicht auch scheißegal Ich frag mich, ob das hier jetzt alles abfackelt Was? Hey, hey Weh, du fackelst den Dschungel ab Na, der Dschungel wird nicht abfackeln, aber mal gucken, ob das Haus jetzt abfackelt Ich will mal rufen Ich bin so ein Idiot, Junge Mal gucken, ob mein eigenes Haus abfackelt Ey, ich hab ein Enchanting, äh, Stein Es könnte nicht so gut sein, dass... Ach, scheiße Ein Enchanting-Stein Waypoint-Space-Report Ah, okay Ein Enchanting-Stein Das bedeutet, ich brauche noch Eye of Ender Dafür brauche ich erstmal Ender-Perle und Blaze-Port Ach, die Scheiße Justus, Justus, Justus Ja Ein offenes Kamin Offenes Kamin, du hast ein offenes Kamin Eine offene Hose Gut Deutsch Ich hab ne Jogginghose an Kevin, das sieht scheiße aus Ich auch Du siehst scheiße aus Wie romantisch Okay, machen wir ein Päuschen Jo Jo In Ordnung Justus, deine Kisten sind überfüllt Justus Bau neue Halt im Maul Bau neue Und verreckt dran Gut, ähm Ich mache jetzt schon mal Ende mit meiner Aufnahme Obwohl ich eigentlich hätte noch ein paar Minuten länger Weil irgendwie sind wir nämlich fünf Minuten im Rückstand Und Jo, also ich bedanke mich fürs Zuschauen Und Ja, wer jetzt noch mitguckt echt toll 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 also Ja vor allem bei mir Also ich hätte schon längst aufgegeben Ähm Ja vor allem bei mir Ich habe praktisch die ganze Zeit Ich würde gehen mal den 10 Folgen nochmal reingucken Äh ich nehme aber jetzt wie gesagt noch fünf Minuten weiter auf Weil wie gesagt die stehen wie im Rückstand Deswegen ich renne jetzt noch einmal Hast du schon die Folge überendet? Nein, nein Jo Ja ich nehme ihn noch nicht Achso Was mach ich denn hier? Dann machen wir jetzt auch nichts weiter offscreen Weil das ist äh Ja mach das nicht So ich habe jetzt drei Aufnahmen müsstest Ich mach aber fünf Minuten meine noch Gut Da mach du Halt warte mal ich bin jetzt Ja sicher ich bin jetzt gerade auf dem Weg in Eta Downloading Terrain Terrain Oh ne wir sind direkt auf Dings gespawnt Also ich bin direkt von der Lava Quelle gespawnt Das ist eigentlich gut Dann kann ich hier sofort Lava pumpen Äh Ich habe Ach da Fuck Wo ist mein Erdkunde Buch? Ha 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 So Habe ich eigentlich schon erzählt dass ich meine Erdkundelehrerin ähm bei Erika getroffen habe? Beim Einkaufen Oh mein Gott so was geht einkaufen Oh ja So was geht denn normal ne? Äh wenn ich da schön berf einem einsortieren denk an nichts böses Ja Ach du tust mir leid Ich soll also Gebühren dafür bezahlen dass ich ein internetfähiges Gerät besitze auch wenn ich gar keinen Internetanschluss habe Tja dann werde ich mal ganz schnell Kindergeld beantragen ich habe zwar noch keine Kinder aber das Gerät ist vorhanden Ich schäm nicht Facebook Niveau 10 vor 11 Der war richtig scheiße war mal sowas So Ich geh jetzt auch hin ich habe Rückenschmerzen und du hast Rückenschmerzen Du hast Rückenschmerzen Bleibst du noch 5 Minuten Kevin? Äh ja ich mach mich jetzt noch fertig Du machst dich jetzt noch fertig Du bist scheiße du bist hässlich und scheiße Versuch Hauden Adam uzu